Flughafen Hamburg der Hamburg Airport, seit 10. November 2016 auch Hamburg Airport Helmut Schmidt, ist mit jährlich über 17,6 Millionen Passagieren, Jahr 2017, und etwa 160.000 Flugbewegungen der fünftgrößte internationale Airport in Deutschland und liegt im Norden der Stadt zwischen Fuhlsbüttel und Norderstedt. Hintergrund Sunpipe-Symbolblick in das moderne Terminal 2 Mit dem Flugzeug seit 2004 gab es interkontinentale Direktflugverbindungen nach New York, United Airlines, und nach Dubai, Emirates Airways. Während seit Herbst 2018 von nach Dubai ein Airbus A380 eingesetzt wird, wurde der Direktflug von nach New York eingestellt. Mit der S-Bahn seit Ende 2008 hat Hamburgs Flughafen einen Direktanschluss an das S-Bahn-Netz. Mit Rolltreppen und Aufzügen gelangt man von Flughafen-Terminal zur S-Bahn-Station. Der unterirdische Bahnhof Hamburg Airport wird von der S-1 angefahren, die von Wedel über Altona, Jungfernstieg, Hauptbahnhof und Ohlsdorf kommt. In Ohlsdorf wird der Zug auf dem Weg zum Flughafen geteilt. Deshalb aufpassen, in den vorderen Zugteil, die vorderen drei Wagen, am Hauptbahnhof an der Wandelhalle abgewandten Bahnsteigende, einsteigen. Fahrzeit vom Hauptbahnhof 24 Minuten Fahrkarte 3,40 Euro Tageskarte ab 9 Uhr 6,60 Euro Gruppentageskarte bis 5 Pörs ab 9 Uhr 12,40 Euro Die S-1 fährt im 10-Minuten-Takt zwischen 6 Uhr und 23 Uhr, dazwischen im 20-Minuten-Takt. Alle Fernverbindungen führen über Hamburg Hauptbahnhof. Regionalbahnen aus dem Nordosten, Sylt, Husum, Itzehu, enden in Altona, aus dem Norden Schleswig-Holsteins, Kiel, Flensburg, Neumünster, im Hamburger Hauptbahnhof. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum S-Bahnhof Hamburg Airport, hin und zurück. Mit dem Bus es besteht eine stündliche, direkte Busverbindung nach Kiel. Von Ende April 2018 an können Reisende den Airport mit Flixbus von elf Zielen erreichen oder vom Flughafen starten. Der Flughafen Hamburg Airport, Flughafen, ist im Hamburger Verkehrsverbund, HVV, durch die Buslinien 39 und 292 erreichbar. Die nächstgelegene Anschlussmöglichkeit an den Fernbusverkehr besteht am zentralen Omnibusbahnhof, Sop, Hamburg. Mit dem Auto der Flughafen wurde in den vergangenen Jahren ausgebaut. Neben einem im Jahr 2006 fertiggestellten neuen Terminal, entstanden neue Zufahrtswege und Trampen, sowie Parkhäuser. Eine große Shopping-Mall, Airport Plaza, sowie ein Hotel sind fertiggestellt. Den Flughafen erreicht man nach etwa sieben Kilometern von der Anschlussstelle über den Ring 3 in Hamburg.svg. Aus dem Stadtzentrum ergeben sich in Abhängigkeit von der Verkehrslage unterschiedliche Routen. Fluggesellschaften und Ziele nach und von Hamburg starten diese Airlines. Es werden von Hamburg aus diese Flugziele angeflogen. An- und Abflug aktuelle Fluginformation, Ankunft Abflug, Wetter. Parken Mobilität. Parktarife. Alternative Parkplatzanbieter am Hamburger Flughafen SCD Parking plus Parkflie 24. Seit Juli 2019 existiert großräumig um den Flughafen herum eine Anwohnerparkzone. Hier ist das Parken mit Parkscheiben nur für bis maximal drei Stunden tagsüber erlaubt. Nur Anwohner erhalten auf Antrag eine unbegrenzte Parkgenehmigung. Aktivitäten ganz in der Nähe des Flughafens befindet sich ein Flugsimulator für den A380. Zudem sind alle hier alle Ausflugsziele zusammengefasst, die vom Flughafen aus erreichbar sind. Die Wartezeit kann man sich verkürzen, indem man etwas über den Namensgeber des Flughafens erfährt. In Halle 2 auf Ebene 3 gibt es eine Ausstellung zu Helmut Schmidt, hier. Über Halle 2 gelangt man auch zur Aussichtsplattform. Lounges Die Airlines Lufthansa und Emirates bieten für ihre Kunden eigene Lounges. Für Passagiere anderer Airlines bietet der Flughafen die Airport Lounge, die gegen eine Gebühr von Passagieren aller Buchungsklassen besucht werden kann. Unterkunft seit dem Flughafenumbau befindet sich das Radisson Blu direkt am Hamburg Airport. Aber es gibt auch noch diverse weitere Hotels am Flughafen. Sicherheit wie für einen internationalen Flughafen üblich existiert ein weitreichender Schutz durch die Polizei, in Deutschland durch die Bundespolizei. Einzig auf seine Koffer und sein Handgepäck sollte man ein Auge werfen. Die Sicherheitskontrolle befindet sich im Verbindungsgebäude zwischen den Terminals 1 und 2. Da für Statuskunden diverser Fluggesellschaften und Business- sowie First-Class-Reisenden wird eine Prioritiesicherheitskontrolle angeboten, deren Eingang sich nahe dem Check-in-Bereich des Terminals 2 befindet. Gesundheit am Flughafen findet man eine Rotkreuz-Station, Apotheke und Zahnarzt, sodass die gesundheitliche Versorgung sichergestellt ist. Praktische Hinweise der Hamburger Flughafen verfügt über alle wichtigen Einrichtungen, Übersicht sie ihr Lageplan. Post, Terminal 2, nur Geldautomat, Zollamt, im 1. Obergeschoss Terminal 1, Taxi-Fund, 2X im 1. Obergeschoss, Security Area, Polizei, Terminal 1, Mietwagen-Service-Reisebüro's Tourist-Center Hamburg-Arzt, DRK, im 1. Obergeschoss Terminal 2, Zahnarzt, im 2. Obergeschoss Oberhalb Airport Plaza, Conference Center Lounges, Travel Value Shops, Bars und Restaurants, Reisebuchhandel, Internet Café, Apotheke, im Erdgeschoss zwischen Terminal 1 und Airport Plaza, Limousinen-Service-Andachtsraum, Ort der Stille, im 2. Obergeschoss Terminal 1, Supermarkt, im Erdgeschoss Airport Plaza, Geldwechsel 6 Uhr, 22 Uhr. Eine Liste mit Links zur Wetterlage und Flugverkehrsinformationen findet sich auch im Artikel Reisen mit dem Flugzeug. Die Mobilfunknetze aller deutscher Netzbetreiber funktionieren selbstverständlich auch am Flughafen. Außerdem existieren zahlreiche WLAN-Hotspots, ZB von T-Mobile, wo man sich mit einem eigenen Endgerät ins Internet einwählen kann. Die erste Stunde ist kostenlos. Im Reisepodcast über Flughafen-Hacks werden Tipps und Tricks für den Aufenthalt am Hamburger Flughafen gegeben. Vivacon Agua betreibt mit einigen Shop-Betreibern am Flughafen eine Kooperation. Die Hälfte der Einnahmen für eine Flasche Wasser wird an wohltätige Zwecke der Organisation gespendet. DascheịVO fahren Homelandрон, Weiner der Einnahmen für die Lust ist von der Killingung. Zum gatherer Reisepodcast über drei, avec 30 Uhr, đAČ WLAN am Flughafen nach飛ck 조 Alex Treff,